Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer kurzen Frühgeschichte Westfalens. Nachdem wir uns zuletzt mit den Römern in Westfalen befasst haben, widmen wir uns nun Westfalen in der Völkerwanderungszeit, also in den dunklen Jahrhunderten zu Beginn unserer Zeitrechnung. Sind während der sogenannten Völkerwanderungszeit überhaupt ganze Völker gewandert? Oder nicht doch eher Kriegerverbände z.B. Der Begriff im Titel unseres Beitrags ist ebenso umstritten wie viele Details aus dieser Zeit. Bemerkenswert wäre erst einmal die Feststellung, dass in der Region, die heute Westfalen heißt, in der Völkerwanderungszeit allem anscheinend nach eher wenig gewandert wurde. Allenfalls einige Goldschatzfunde aus Beelen, Dortmund und Iserlohn deuten darauf hin, dass es auch hierzulande unruhige Zeiten waren. Aber, mal ehrlich, wann waren die Zeiten je ruhig? Im vorherigen Beitrag »Westfalen in der römischen Kaiserzeit« haben wir uns mit dem kurzen Kapitel »Der Römer« in Westfalen befasst, also mit den drei Jahrzehnten, in denen die Römer versuchten, in Germanien Fuß zu fassen. Auch das war schon eine bewegte, unruhige Zeit, mit der Varusschlacht als ihrem dramatischen Höhepunkt, oder Tiefpunkt aus römischer Sicht. Doch mit dem Rückzug der Römer an den Rhein war die römische Kaiserzeit ja noch gar nicht vorbei. Die Großmacht blieb nah. Am linken Ufer des Rheins, der fortan die natürliche Grenze des römischen Einflussgebietes darstellte – zumindest auf der Karte – da kam die Romanisierung ihren Lauf. Es entstanden Städte mit Steinhäusern und Stadtmauern, mit Tempeln, Theatern und Badeanlagen. Die Bevölkerung Kölns wuchs auf über 20.000 Menschen an – für damalige Verhältnisse eine Großstadt. Rechts vom Rhein und damit auch in unserer Region wurden Häuser weiterhin aus Holz gebaut und mit Lehm verputzt – wie seit Tausenden von Jahren. Doch auf germanischer Seite bestand durchaus Interesse an den kulturellen Errungenschaften, die die Römer auf ihrer Seite so mit sich brachten. Deshalb blieb der Kontakt der Menschen hier im westfälischen Raum zu den römischen Provinzen auch weiterhin bestehen. Das zeigen zahlreiche Funde aus dieser Zeit – Importgüter aus römischer Herstellung. Made by Romans. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei etwaigen Goldschatzfunden aus den dunklen Jahrhunderten hier in Westfalen um Soldzahlungen von Seiten der Römer gehandelt haben könnte. Wer auch immer sie hier vergraben hat, stand demnach im römischen Dienst. Dass im römischen Heer germanische Hilfstruppen aktiv waren, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Archäologische Funde, wie zum Beispiel Außermünzen, auch Teile römischer Militärgürtel aus germanischen Siedlungen und Gräbern sind Belege dafür, eben auch in Westfalen. Westfalen war überhaupt sehr eng eingebunden in das römisch-germanische Geflecht. Man bezeichnet die Jahrhunderte nach Christi Geburt, als in Rom Kaiser das Reich regierten, daher auch außerhalb der Grenzen des Imperiums als römische Kaiserzeit. Diese Epoche endete im Jahr 375, als mit dem Sieg der aus Asien vordringenden Hunnen über die germanischen Ostgoten die Völkerwanderungszeit begann. Was aus diesen dunklen Jahrhunderten erhalten geblieben ist, ebenfalls als Zeugnis des kulturellen Austausches zwischen den Römern und den Germanen, das sind erste Körperbestattungen auf germanischem Boden. Zuweilen handelt es sich bei solchen Bestattungen um regelrechte geschlossene Pakete, die archäologisch immer von besonderem Interesse sind. In diesem Zusammenhang werden Sondengänge wieder relevant. Wir erinnern uns, schon im Beitrag über die Bronzezeit, da spielten ja aufmerksame Laien mit, wohlgemerkt, einer Lizenz für Metallangeln und Sondengänge eine wichtige Rolle für die Fachleute der Gegenwart. In Hinblick auf die Völkerwanderungszeit lässt sich sagen, dass bis vor zwanzig oder dreißig Jahren Westfalen noch ein vergleichsweise schwarzes Loch gewesen ist – mit so gut wie keinen Funden, abgesehen von der einen oder anderen Gürtelschnalle. In jüngeren Jahren zeichnet sich ein deutlicheres Bild vom Leben in dieser Zeit und speziell hier im westfälischen Raum ab – unter anderem dank der Funde von Sondengängern. Es ist ihnen zu verdanken, dass die Verbreitungskarten von entsprechenden Funden heute völlig anders aussehen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und reguläre Ausgrabungen und Facharchäologen ergänzen dieses Bild. Auch schon in früheren Jahren waren hauptamtliche Archäologen auf die Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit ihrer Mitmenschen angewiesen. So fand sich zum Beispiel der größte Goldschatzfund dieser Zeit in Deutschland 1907 bei Bauarbeiten in Dortmund. Selten zwar, aber dafür umso bemerkenswerter, treten Funde zuweilen in sehr ähnlichen Konstellationen auf, zum Beispiel die Kombination aus Halsringen und Münzen. Solches Brauchtum lässt auf Völker mit eigenem Totenkult, eigener Kultur schließen. Im 6. Jahrhundert ereignet sich dann schließlich eine kleine Eiszeit. Um 530 geht es los und das Klima in Europa kühlt um zwei bis drei Grad ab. Das hatte Auswirkungen auf die Niederschlagsmenge, die Sonnenstunden und in Folge schlechterer Ernährung auch auf die Verbreitung von Krankheiten. In eben diese Zeit fällt die justinianische Pest. Und wie uns in der Gegenwart die Corona-Pandemie einmal mehr gezeigt hat, ist auch für damals anzunehmen, dass in Krisenzeiten die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderging. Einerseits gibt es Gräberfunde von für damalige Verhältnisse sehr wohlhabende Menschen. Funde, die vermuten lassen, dass es in den jeweiligen Regionen lokale Herrscher gegeben hat. Wobei eine Zuordnung von bestimmten Funden zu namentlich bekannten Stämmen stets nur unter Vorbehalt möglich ist. Und andererseits wissen die Fachleute heute nur zu gut, dass aus dem Vorhandensein reicher Gräber nur sehr vorsichtige Schlüsse auf die allgemeinen Lebensbedingungen der damaligen Zeit zu ziehen sind. Denn Armut hinterließ schlicht und einfach weniger Spuren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Archäologen der Zukunft werden das Leben von »The World's Billionaires« des 21. Jahrhunderts immer noch weit besser rekonstruieren können als das der Normalsterblichen. Und Normalsterbliche zu Beginn unserer Zeitrechnung haben der Nachwelt praktisch nichts hinterlassen. Ein Messer zum Beispiel, das können wir mit heutigen Methoden recht gut datieren. Kunsthandwerk zuweilen bis auf die Generation genau. Doch wer hatte sowas schon? Organische Bestandteile hingegen, wie Holzgegenstände oder Textilien, zerfallen über die Jahrhunderte bis zur Unkenntlichkeit. Was wir über die sogenannte Völkerwanderungszeit jedoch mit einiger Sicherheit festhalten können, das sind die großen Bewegungsabläufe. So stießen bereits im 4. Jahrhundert die Franken in die römischen Gebiete vor und nahmen um das Jahr 455 sogar Köln ein. Moment mal, die Franken? Wer und woher sind die Franken? Wir müssen uns das, was die Römer als Germania bezeichnet haben, als ein Gebiet vorstellen, das von Dutzenden größeren und kleineren Stämmen besiedelt war. Die Franken traten erst ab Mitte des 3. Jahrhunderts in römischen Quellen auf, als plündernder, bunter Verbund mehrerer Stämme, der bald eben auch auf reichsrömischem Gebiet siedelte. Ein anderer Stammesverband, das waren die Sachsen, wobei das westgermanische Volk der Sachsen nicht zu verwechseln ist mit dem ostdeutschen Bundesland Sachsen. Zu dem besagten Volk gehörten auch jene Cherusker, die gegen Varus gewonnen hatten. Die sind in den Quellen als die nördlichen Nachbarn der Franken verzeichnet. Wo genau die Grenze zwischen diesen beiden Gruppierungen zu ziehen ist, das lässt sich nicht so klar sagen. Das liegt daran, dass die germanischen Gruppen rechts des Rheins, also auch unsere späteren Westfalen, in Gruppen organisiert waren, die mal eher sächsisch und mal eher fränkisch geprägt sein konnten, und das veränderte sich im Laufe der Zeit. In der Wahrnehmung von außen, da wurde dieses uneinheitliche Geflecht von Gruppen im fortgeschrittenen Frühmittelalter unter dem Begriff Sachsen verallgemeinert. In den Reichsanalen des fränkischen Königs Karl dem Großen gen Ende des 8. Jahrhunderts, da tauchte dann erstmals für einen Teil der Sachsen die Bezeichnung Westphalai auf. Doch mehr dazu im nächsten Beitrag über Westfalen im Frühmittelalter. Wer mehr erfahren möchte über das Leben im westfälischen Raum zur Völkerwanderungszeit, ist mit dem aufwändig aufbereiteten Katalog zu der niedersächsischen Landesausstellung »Saxones« gut beraten. Die Ausstellung fand von 2019 bis 2020 statt, der Katalog ist inzwischen online erhältlich und als aktuelles und fundiertes Werk zur grundlegenden Einführung in die Völkerwanderungszeit sehr empfehlenswert. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.